Und die Bücher hier? Im Westen gab es doch keinen Shakespeare. Doch, aber der ist teurer. Wir sind Studenten und können uns nicht so viele Bücher leisten im Westen. Aber wenn Sie Ihr Geld zum offiziellen Kurs getauscht hätten, dann könnten Sie sich die hier auch nicht leisten. Ja, aber auf dem Schwarzmarkt gab es einen besseren Kurs. Weil Sie auch einen besseren Kurs verdienen als andere Menschen. Das große Privileg des Sozialismus ist die Freiheit. Die Freiheit von der Geldgier. Die Sie zwei dazu bringt, wegen besserer Geschäfte unsere Gesetze zu brechen. Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Nein, das haben Sie nicht. Weil Sie viel zu beschäftigt damit waren, an sich selbst zu denken. Wenn Sie das nächste Mal entscheiden, die Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik in die eigenen Hände zu nehmen, dann fragen Sie sich doch mal, wer wird wohl am Ende gewinnen? Ihr Geld um konsumgierigen Kapitalisten? Oder wir Sozialisten, die ein Aar im Strang ziehen, damit es allen Menschen besser geht? Sie. Wie bitte? Sie. Ja, klar. Sie gewinnen. Was machen Sie sich vom Acker? Hopp! Shakespeare bleibt hier. Marx kann den mitnehmen, da lernt er noch was. His información ist, das ist nicht09. Vielen Dank.